Naja, jetzt bist du aber wieder durch diese Welt, ne? Ja. Bis hinten zum Ende rennen und das dann scheitert. Ja, weiß ich ja. Achso. Aber auf den Boden gucken, damit die Endermans dann nicht sehen. Oh, das war das Dark. Ähm. Achso, es lädt noch. Aber selbst er ist in der Welt gestorben, ne? Ja, aber warum ist da hinten so eine verkackte Flüssigkeit noch gewesen? Oh, fick dich doch Enderman. Wirklich? Ich hab keinen von euch wixert angeguckt! Nein! Doch, mach so. Oh Mann! Fick dich doch Spiel! Ich hab keinen angeguckt, ich hab immer auf den Boden geguckt. Wir gestorben? Ja. Siehst du das unten im Chat nicht? Doch. Letztend gab's... Also das letzte Leben gehört mir. Ja toll! Wie viel Leben hast du auch verbraucht? Du Vogel, du! Du Vogel, du! Das darf ich nicht wiederkommen. Ganz drauf! Mann! Ich bin nie in diesem ollen Projekt gestorben, ne? Sag mir mal, wenn du da durch bist. Wo? Das ist das Portal. Muss ja auf den Boden gucken. Oh ja, schnell, 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 schnell. das hatte ich ein wichtiges mit dem rucksack da war nichts drin aber drei kacktehen drin mal eine gute spitzsacke umgibt jetzt den kreativ motor idiot zu gucken ob es da ist oder dort der weg sein ich bin noch weg hat sich die alten inventory tricks wieder darauf laden oder so an er ist wird jetzt dauern da wird es was noch nicht mal funktioniert gar ich brauche mehr bräuchte ich brauche es doch die so komische ein ding noch ne ok muss wieder mitnehmen und wieder in die party join und mir ist das egal was du gleich dazu sagst wenn du das siehst ich muss aber so ein ding buch haben da noch hast du gerade erst 255 leben gemacht 255 steht hier jetzt steht jetzt hier gerade stand bei mir 255 leben vielleicht hast du die standardmäßig alleine ja nicht alleine 255 leben kannst du haben das ist ein verbinderte zeug weil es ja normalerweise immer zusammen gemacht fickt euch fickt euch ich töte jetzt hier alles ich töte alles jetzt hier ich habe geschnauze voll ich will wiser köpfe haben auch für rumzuschleim schleimi weg werf mich genau hier bin ich auch untergangen nur bin ich leider dazwischen gefallen ich habe den letzten kopf ich muss doch noch soul sand irgendwo sein wir brauchen soul sand wo ist der eigentlich ist der ist er nicht oben ne ne das sind alles reds und poster achso ich komm ja da hoch ich muss erst mal die köpfe von der wand abnehmen ne die sind in ner ding drin oder so ach so ein slime lock ich hab mich da hingeboxt mit der pfanne dahin geboxt klong ich habe schon gewonnen ich dachte das wäre das weg ne wieder hingeboxt die scheiße scheiß mistfiek ja geht da weg da unten ist er da drin hier frisst euer gehirne schweine geht doch weg durchsleim block ich hab gesagt die wechsel ein block rain frost obsidium braucht ne ach ne ich hab ein storage wollen wir denn die festbildnummer stehen ich hatte nur volles im winter ich hatte nur volles im winter ein creator bag ok ok oculus sign wo wollen wir denn ach hier desk brauchen wir die köpfe bis wir irgendwas eingehen ne aber das problem ist ich hab jetzt ne wir brauchen noch einen me driver ich hab jetzt ich hab jetzt 5 4k festplatten hast grad bekommen oder was mhm nur die einer sind alle schon besitzt und die 4k die da frei ist die kann ich ja nicht kann ich ja dummerweise nicht wechseln ja äh driver honey drive ich glaub das erd sollten wir dafür haben ja das erd schon aber die materialien nicht genau siehts aus ich müsste wo ähm wo ist denn das ich geh mal gucken kurz wieser wieser fahr bestimmt wieser fahr bestimmt ja wieser fahrt hier kilt one das heißt wir müssen irgendwie ein wizard take then quats earth quats earth und division siegel gibts 5 das heißt brauchst du einfach mit dieser braun soul sand ne hier ist kein soul sand aber in irgendeiner welt hatte ich soul sand gesehen was haben wir denn mein dass die leitzen fällt aus nether was ist denn jetzt grad nether fähre oder drin oder so oder ja nether fähre äh dann haben wir noch äh mein lab labor ist auf der biosphäre hatten wir noch rotunda und so müssen wir in der rotunda gucken in der rotunda war glaub ich weiß ich gar nicht weil ich weiß dass wir in irgendeiner welt was hatten ja dann müssen wir mal gucken weil da hatte ich sag wenn du draußen bist ja ich muss das mal hochkommen weil da hatte ich ja zu anfang auch ähm reservoir zu her ja dann musst du sagen wenn du draußen bist ja dann musst du sagen wenn du draußen bist ich muss das mal hochbauen hey küber ouch so um die kiste da nicht mehr zu benutzen um so zu sortieren ne da ist jetzt ein ding dran da können wir jetzt die verfickten slimes nether hängen die erstmal alle auf der treppe rum die verkackten slimes achso die meinst die da oben die kleinen ja jetzt bin raus ich hab so ne super koffi grad bekommen ok ich hab jetzt aufgelockt ne ist der zweck verdammt ja ja ok muss weg sein ja 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 welch schmeißen wir denn rein vanilla mining ist auf den cent das ist nicht rotunda könnte ich mal reinschmeißen das ist die welt ne das ist die welt wirds auf jeden fall nicht sein ne war das irgendwie auch nicht mein lab auch nicht dann würdest du noch in gleichs chamber sein und biosphäre ist es nicht aber ich weiß dass ich aus irgendeiner welche her hatte ich glaub das war sogar die erste welt die du grad reingemacht hast dir ich hab mir hier eigentlich alles mitgenommen weiß ich gar nicht ja ne ich habe schon aber dann wärste unten irgendwo was wir überall hingesetzt haben aber hier war doch ne hier war es doch nicht ne kann doch niemals äh soulstand gewesen sein ne ne frag mir auch grad wo das eben warte wie ert面fliegt ne ne bis dazwischen gefallen den guck mal siehst du dahinten die erde naja er riecht ja auch den boden raus deswegen hab ich dieses komische symbol in der mitte auch mit rausgenommen gehabt Ja Geist es wahr hier ist ja noch Sky Ding komm Autsch bin runter gefallen ganze Glas ist wieder rum nee ne da haben wir ja schon die Wache hier waren wir auch schon auch schon soweit alle, hi Skelett hier unten noch flugstücker was haben wir sonst drin überall wo in die Welten wo die Blöcke nicht rein gehören das sieht man dann voll hehehe ne kann das nicht drum sein ne ne ich fand außerhalb ne Kiste von alles im Mentat ist auch mal gut wo gibt's den Shoal Shand den Shoal Shand wenn schon irgendwo ne sag ich nicht auch gar oh da ist ja noch ne Kiste da such mal Kisten warte mal die Außerhalb die Seats are filling with magic 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 beans ha 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 Okay, so das Seeding blablabla So was haben wir's? The soul sand in the nether space is turning with souls trapped in... Es muss ja eine nether-fähre sein Ist da aber irgendwo versteckt? Ja, dann ist es versteckt, dann müssen wir unten gucken Ja, warte Du hast uns ja keine andere Wahl haben Aber ich will hier gerade ringsrum nochmal gucken Weil ich jetzt schon drei Kisten gefunden habe In der Welt hier Cheater, sag ich euch, Cheater Oh, da ist ja auch noch eine Da ist auch noch eine Da ist auch noch eine Da ist auch noch eine Weil die habe ich bin Centos und habe die da hingeschrieben Hm Cheater, ist noch eine Kiste Was ein reiner Zufall Cheater, da ist mal gerade ein Schnittprogramm aufgetaucht Mann Was die Kja, wir haben auf einmal Zehn Milliarden Soul-Cent Wie kommt denn das? Das heißt, muss ich verraten Äh Ich glaube, die Welt sollte mal auseinandergenommen werden Von der Curry auch Ja, lass uns halt Hand annehmen Irgendwie existieren keine Welten mehr Klar, weil wir mal alles auseinandernehmen Ist doch schön Schwing mal deinen Bekloppten Arsch hier raus Warte Komm gleich da Bin ich echt an der Kiste vorbeigelaufen? Ist klar An der Kiste bist du auch am besten Ist auch Körper ist für eine Kiste aufgetaucht Halt die Fresse Basti Nur weil du die nicht gefunden hast Nur weil du die nicht gefunden hast Vom Methium Dust ist dabei gewesen Slimy Mud Ich war da eben erst und die Kiste hab ich nicht gesehen gehabt Und die zwei Kisten noch Du 5 Milliarden Kisten Cheater Bin Centos Und finde rein zufällig noch mehr Kisten Och Kea, da ist ja noch eine Du kannst nicht noch Nee Danke Ich hab grad erst gegessen Bist du fertig? Nein Es ist zu spät Ich musste da erstmal raus Ja, du bist da draußen Oh du Penner, mach doch mal die andere Welt wieder rein Warum? Weil das noch zwei Kisten waren Oh Junge, die kannst du gleich holen Ache, ehrlich Dann können wir gleich weitermachen Kannst gleich wieder die Kiste haben Du bist draußen Du musst nur kurz raus aus der Welt Und das war schneller so Ciao, Kau M.E. Dance Cable Black Banner Da waren alle mit Ohrberries drin Ja, alle mit Weckstone Ja, heute Gewächsspinne Geh zurück in dein Käfig Skelett, zurück in dein Käfig Ich peitsche euch alle aus hier Geht alle was mit meiner Pfanne am Kopf Keine Bags Keine Bags Geht nur wieder alles Geht nur wieder schrotten in den Bags Das ist doch nichts neues Ich vermute mal auf dahinter M.E. Staubert Spaß Zauerte Pink Tulpe Ah ja M.E. 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 Woah Tschüss Zombie, geh mal ne Runde tauchen da unten Wo die ganze Wizzar Flüssigkeit hinter ist Vermute ich mal Glaube ich nicht Hier sind Nether Bricks Sie sind gechiselt Hier sind Nether Bricks Wo kommst du denn her? Komm du gehst da auch drin baden Tschüss Wo kommen die Zombies auf einmal alle her? War so ne? Oh ja, weil du ja auf der anderen Seite diese Treppe gebaut hast Beziehung wird das sie alle hoch können Wo ich die Treppe runter gebaut hatte mal den ein Tag Ja du Ja und auf der anderen Seite geht die Treppe hoch Ja und auf der anderen Seite geht die Treppe hoch Ihr könnt ja mal verschwinden Da kommt immer mehr So, mal zu machen Vielleicht ist in einer anderen Pyramide noch was drin Ich muss aber grad hier Zombie Baseball spielen Wollen wir die Spawner kaputt machen? Ja wäre sinnvoll Also ich sehe auf jeden Fall Sand da drin in den Pyramiden Beziehungsweise Dirt ist das oder? Das könnte Soul Sand sein Das wir sind Skelette echt Bist du unten oder? Wow ist das Skelette Wow ist das Skelette Kommt her meine Freunde Boah die Viecher nerben ne? Mhm Ich halte schon welcher auf der Treppe auf Ja Ja Kaputt ein Spawner Noch einer Noch einer Ich seh nichts ich seh nichts ich seh nichts Okay ein Spawner ist auf der Hörner da Ich muss das mal mich regenerieren Okay Muss ich grad auch Aber auf jeden Fall alle die da rum standen getötet Aber auf jeden Fall alle die da rum standen getötet Jaa Mittel toll Oh schon auf Beelichen ist auch gut Schaut mal mal genäht da ein Oh guck wieviel Schrott hier angeflogen kommen Oh Schwerter 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 ist grad ganz gut Bogen könnte ich... na ich hab keine Pfeile Outsch Outsch